Geheimagenten, das ist der super starke Sebastian Stange, das ist der bärenstarke Michael Obermeier und das sind heute die Gamescom News. Nein, das ist kein Fiebertraum. Das neue Metal Gear heißt Metal Gear Survive, wurde von Konami offiziell angekündigt und ist ein Vierspieler-Koop-Zombie-Survival-Spiel. Story-mäßig knüpft das an an die Ereignisse von Metal Gear Solid Ground Zeroes, als die Mother-Base explodiert nicht einfach, nein, sie wird natürlich durch einen Dimensionsriss in ein alternatives Universum gezogen, wo jetzt ehemalige Mother-Base-Angestellte zu viert gegen Zombie-Horden ausharren müssen, Zombie-Horden, die so einen komischen Splitter im Kopf haben, um sich so irgendwie wieder einen Weg in die Heimat zusammenzubauen. Das ist das erste Metal-Gear-Spiel von Konami, ohne Mitwirken von Serienerfinder Hideo Kojima, wurde bei einem internen Team von Konami gemacht und soll für PC, PS4 und Xbox One 2017 erscheinen. Ich wiederhole also, das ist kein Fiebertraum, Sebastian hat aber was mit einem kleinen Albtraum. Danke, Michael. Köln, albtraumhafte Entschuldung bei Namco Bandai. Das Spiel, das bereits im Vorfeld der Gamescom angekündigt wurde, mit dem Namen Little Nightmares, hat endlich ein Gesicht und ein Gameplay. Es handelt sich um ein stimmungsvolles Jump'n'Run mit Stealth und Adventure-Elementen, in dem die kleine Six, ein gelbes, regenkutterbekleidetes Mädchen, durch eine Albtraumhefte Welt läuft, die basiert auf so Kindheitsängsten und Albträumen. Und es gibt da noch einen gierigen Schlund, der da irgendwo im Wasser lauert. Das ist alles sehr atmosphärisch, es ist alles richtig toll inszeniert, das schlägt so in die Ecke Inside oder Unravel. Aber wirklich, wirklich neu ist das Ganze nicht, denn dieses Spiel aus dem Hause Phantasia Studios, ein schwedischer Indie-Entwickler, das ist bereits seit einigen Jahren offiziell in Entwicklung. Bis jetzt hatte es allerdings den Codenamen Hunger. Allerdings heißt es jetzt Little Nightmares und wird erscheinen 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Damit zurück zu Michael. Danke, Sebastian. Es gibt Neuigkeiten für The Crew, denn das Online-Rennspiel bekommt eine zweite große Erweiterung. Die heißt Calling All Units und bringt so ein bisschen Need for Speed Flair ins Spiel, denn es gibt jetzt Räuber und Gendarm, also Polizisten und Raser, die man verkörpern kann. Und das bringt natürlich neue Gameplay-Elemente, denn jetzt brechen überall in den USA natürlich Verfolgungsjagden zwischen den beiden Fraktionen aus. Man kann das Ganze auch in zwölf neuen Story-Missionen erleben. Es gibt unzählige neue Tuning-Teile, die man bekommen kann. Und außerdem wird, ungeachtet dessen, ob man Calling All Units kauft oder nicht, der Level-Cap für alle Spieler auf Stufe 60 angehoben. Erscheinen soll Calling All Units zusammen mit einer Complete Edition von The Crew Ende November 2016. Zurück zu Sebastian. Danke, Michael. Köln, Gamescom. Nier Automata, das bislang PS4-exklusive Action-Rollenspiel aus dem House of Platinum Games, wird zeitgleich zum Release der Konsolen-Version Anfang 2017 auch digital für Steam erscheinen. Das gab der Publisher Square Enix bekannt. Und ich werde mir jetzt meinen Emotions-Chip aktivieren und einfach mal sagen, wie begeistert ich dafür bin. Man kann von Nier, dem Original von 2010, halten, was man will. Es ist ein schrulliges, seltsames Rollenspiel. Für mich persönlich ist es nichts. Allerdings hat das Spiel seine Fans. Und der Nachfolger kommt jetzt auch für PC. Und ich finde das fabelhaft. Zum einen kommt der Nachfolger von Platinum Games, einer der besten Action-Spiele-Schmieden dieser Welt. Metal Gear Rising Revengeance ist bis dato eines der besten Action-Spiele für PC. Und ich finde es fantastisch, dass es einfach mehr Spiele aus der ganzen japanischen, schrulligen, seltsamen Ecke gibt, die jetzt langsam für PC erscheinen. Früher war es so, dass die PC in Japan nie eine Rolle gespielt haben. Japan-Spiele waren stets so ein Import-Hobby von Konsolenspielern. Jetzt endlich geht die Welle los. Endlich kommen japanische Spiele auch für PC. Und ich finde, da ist diese News, dass Nier Automata auch für Steam erscheinen wird. Zeitgleich zum Konsolen-Release. Eine ganz fantastische News. Emotions-Chips Ende. Zurück zu Obermeier. Ganz schön ansteckender Enthusiasmus, Sebastian. Das solltet ihr euch jetzt gut mitnehmen. Aber auch die nächsten Themen bei uns im Stream werden ähnlich interessant. Hier geht es jetzt nämlich weiter mit Hollywood-Schauspieler Brian Bloom und Call of Duty Infinite Warfare. Die News von der Gamescom gibt es dann morgen wieder. Bis dahin, weiterspielen.